Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn ich bin Lukas Nickmann und ich werde euch heute was vom Anlatsbuch vorlesen. Da merkte ich, dass es nichts besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Prediger 3 Vers 12 Wir Christen haben oft keinen so guten Ruf, wenn es um Fröhlichkeit und Humor geht. Das ist leider nicht ganz unbegründet. Die Meinung ein entscheidender und überzeugter Nachfolger Jesu müsse ein ganz ernster Mensch sein. Ist noch nicht ausgestorben. Es geht aber auch und besser anders. Sicher, Gottes Wort und unseren Glauben wollen wir auf jeden Fall ernst nehmen. Doch das schließt nicht aus, dass wir fröhlich und für jede Gelegenheit zu herzhaften Lachen dankbar sind. Von Spurgion stammt der Ausspruch, ich empfehle Heiterkeit allen denen, die Seelen gewinnen wollen. Humor haben heißt, kleinere und größere Probleme des Lebens mit heiteren Augen betrachten und nicht alles tragisch nehmen. Wilhelm Busch, der Vater von Max und Moritz, war ein Meister darin, die Schwächen, Unalten, Gemeinheiten und Dummheiten der Menschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Das hilft zur Gelassenheit. Wer einen Weltuntergang nach dem anderen erlebt, wird das nicht lange durchstehen. Es gibt einen oft übersehenden Zusammenhang zwischen Gottvertrauen, Zuversicht und einem heiteren Gemüt. Er sich geborgen weiß in der Liebe und Fürsorge Gottes, für den sind auch Misserfolge, Pannen und Enttäuschungen leichter und sogar mit einer Prise Humor zu verkraften. Peinliche Situationen lassen sich dadurch oft entschärfen, wer sich aufregt und mokiert, macht die Sache meist schlimmer. Vor etlichen Jahrzehnten war es in manchen Gegegnen üblich, dass die für den Gottesdienst vorgesehene Lieder an der schwarzen Tafel nicht nur mit den Nummern, sondern auch mit dem Textanfang angegeben wurden. Diese Gepflogenheit änderte sich in einer Kirchengemeinde. Nachdem bei einer Hochzeit zum Entsetzen des Brautpaares und der Gäste an der Liedertafel zu lesen war, habet Kinder vor der Trauung 1 bis 2 nach der Trauung 3 bis 5. Zum Glück bereitete sich nach dem ersten Schock ein heiteres Schmunzeln in der Kirche aus. Damit sollten wir es auch öfters versuchen. In diesem Text geht es darum, dass wir uns nicht zu sehr versteifen sollten, in denen wir auch wir dankbar sind, dass wir in manchen Situationen auch mal drüber lachen können und mit unseren Freunden und Familie und Zeit verbringen können. Ich wünsche euch einen guten Start in einen neuen Tag.